Ganz herzlichen Dank. Ja, lieber Herr Prof. Oberz, lieber Rainer Funk, liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Studierende, meine sehr verehrten Damen und Herren, es ist mir eine Ehre, zu dieser Erich-Fromm-Vorlesung hierher an die IPU eingeladen zu sein. Es ist natürlich eine besondere Ehre, schon zum zweiten Mal mit dem Namen Erich Fromm assoziiert zu werden in diesem Jahr. Und ich glaube, der heutige Vortrag trägt dem insofern auch Rechnung, Sie haben es ja schon angedeutet, als die Anatomie der menschlichen Destruktivität Erich Fromms eine sehr prägende Rolle gespielt hat für meine Überlegungen, sodass wir hier durchaus in einer zentralen Tradition stehen, die ja auch dadurch einen belastenden, beschwerenden zusätzlichen Hintergrund erhält, als wir ja schon das Gefühl haben, dass die Form des Hasses und der Destruktivität, die Fromm im Auge hatte, in gewisser Weise heute wiederzukehren scheinen. Hass, das ist wohl eines der intensivsten und zugleich eben destruktivsten Gefühle, die Menschen empfinden können. Und unter den zahlreichen Emotionen, die sich negativ oder aggressiv gegen andere richten, wie Wut, Neid, Eifersucht, Verachtung oder Groll, nimmt der Hass einen besonderen Platz ein. Zum einen, weil er sich nicht nur gegen einzelne Handlungen und Eigenschaften, sondern gegen die gehasste Person als solche richtet. Zum anderen, da er auch den Hassenden selbst als Person ergreift, ihn förmlich verzehrt und immer mehr zu seinem Lebensinhalt, ja zu seiner Identität werden kann. Und schließlich tendiert der Hass wie kein anderes Gefühl zu Rache und Gewalt. Und zwar der Gestalt, dass sie nicht so sehr spontan im Affekt gewissermaßen durchbricht, sondern eher langfristig imaginiert und vorbereitet wird. Umso plötzlicher und radikaler tritt sie dann in Erscheinung, zielt auf die Niederlage, Ausstoßung, ja letztlich Vernichtung des Gegners. Wir haben ja vor gut einem Monat ein entsprechendes Beispiel im Nahen Osten erlebt. Aufgrund dieser besonderen Destruktivität gehört der Hass, übrigens ebenso wie der Neid, in unserer Gesellschaft eigentlich zu den besonders tabuisierten Emotionen. Es gilt als Zeichen von Souveränität und Zivilisiertheit, solche Gefühle nicht zu hegen oder zumindest nicht offen zu zeigen. Es hat jedoch den Anschein oder ich glaube, man kann sagen, es ist inzwischen schon eine Realität, dass dieses Tabu zunehmend seine Kraft verliert und zumindest die hasserfüllte, verhöhnende, aufhetzende Rede wieder gesellschaftsfähig wird. Und das hat natürlich auch mit den sozialen Medien zu tun, in denen sich Hass anonymen Ausdruck verschaffen kann, Resonanz finden kann. Mehr noch aber hat es wohl zu tun eben mit gesellschaftlichen Dynamiken, in denen der Hass als kollektive Emotion eine besondere Rolle spielt, nämlich in den Auseinandersetzungen zwischen sozialen Gruppen um Dominanz oder Unterlegenheit, um Macht oder Ohnmacht. Nun sind allerdings kollektive Gefühle und Gefühlsatmosphären, die eine Gruppe oder die eine Kultur prägen, meist eher diffuser Natur. Sie werden erst verständlich, wenn wir zunächst ihre individuellen Erscheinungsformen sorgfältig analysieren und begreifen. Und dazu beizutragen ist das Ziel meiner Ausführungen. Sie untersuchen das Wesen des Hasses, seine Genese und Dynamik und bedienen sich dazu auch literarischer, auch klinischer Beispiele. Und auf dieser Grundlage werde ich abschließend dann noch einmal auf kollektive Hassphänomene zurückkommen. Beginnen wir, um uns das Phänomen zu vergegenwärtigen, mit einem kurzen Blick auf die Literatur. Die Konstellation, aus der Hass und Gewalt erwachsen, wird gewissermaßen archetypisch bereits in der Genesis erkennbar, nämlich an Kain und Abel. Gott nimmt Abels Opfer an, weist dagegen Kains Opfer ohne Begründung zurück. Er verweigert ihm damit die Anerkennung, demütigt ihn. Und da überlief es Kain ganz heiß und sein Blick senkt er sich. Und hier wird auch körperlich die Kränkung spürbar, auch die Beschämung, aus der sich dann der Bruderneid, der Groll entwickelt, der auf Rache aus ist. Gott macht Kain zwar auf seine finsteren Absichten aufmerksam, an der Tür lauert die Sünde als Dämon. Auf dich hat er es abgesehen, doch du werde Herr über ihn, so mahnt er. Doch Kain lockt Abel auf das Feld, um ihn dort zu erschlagen. Der Hass hat sein erstes Opfer gefunden. Ein weiteres bekanntes Beispiel verkörpert Heinrich von Kleists, Michael Kohlhaas, einer der rechtschaffensten und zugleich und entsetzlichsten Menschen seiner Zeit, wie es zu Beginn der Novelle heißt. Denn sein Rechtgefühl machte ihn zum Räuber und Mörder. Kurz die Geschichte. Der Rosshändler Kohlhaas wird auf der Burg des Junkers von Tronca willkürlich aufgehalten. Seine Pferde werden konfisziert, sein Knecht verprügelt. Kohlhaas reicht daraufhin beim Kurfürsten Klage gegen den Junker ein, die jedoch abgewiesen wird. Seine Frau empfängt dabei einen Stoß von der Wache, der schließlich zu ihrem Tod führt. Zutiefst empört und verbittert durch den Schmerz die Welt in so einer ungeheuren Unordnung zu erblicken, beginnt Kohlhaas nun einen Rachefeldzug gegen den Junker von Tronca. Er überfällt seine Burg und tötet alle Bewohner. Den geflüchteten Junker verfolgt er mit einem wachsenden Heerhaufen bis nach Wittenberg, das er in Brand setzt. Im unerbittlichen Kampf um Gerechtigkeit wird er selbst ein Gesetzloser, ein Outsider, dessen Mordbrennereien in keinem Verhältnis mehr zu dem erlittenen Unrecht stehen. Am Ende stirbt er auf dem Schafott. Wir erkennen nun schon deutlicher, dass Hass etwas mit Erfahrungen von Zurücksetzung, Missachtung, Ungerechtigkeit zu tun hat, gegen die er sich empört. Der Hassende sieht, wie Kohlhaas seine Grundannahme verletzt, die Welt müsse doch gerecht eingerichtet sein. Aber mehr noch leidet er unter der erlittenen Kränkung, Ehrverletzung und Schmach. Und sie ist es eigentlich, die die maßlose Begierde nach Vergeltung und Rache hervorruft. Damit zielt der Hass nicht nur auf die Vergeltung des Unrechts, sondern im Grunde viel tiefer, nämlich eben auf die verhasste Person selbst, ja letztlich auf deren Vernichtung. Denn durch diese soll die unerträgliche eigene Schmach gleichsam wieder aus der Welt getilgt werden, ungeschehen gemacht werden. Wohl den Höhepunkt seiner literarischen Darstellung erreichte Hass in der Figur des Kapitän Ahab aus Melvils Moby Dick. Besessen von dem Gedanken, sich an dem weißen Wal zu rächen, der ihm einst das Bein abgerissen hat, verfolgt Ahab seinen Widersacher rund um die Welt und versteigt sich immer mehr in einen Hass gegen die Schöpfung selbst. Moby Dick wird ihm zur Inkarnation aller bösen Kräfte der Welt. Er türmte auf des Wales weißen Buckel den angehäuften Zorn und Hass, den sein Geschlecht seit Adam je verspürt. So heißt es im Roman. Und der Leser wird Zeuge eines obsessiven, fortschreitenden Selbstzerstörungsprozesses, in dem Gram, Verbitterung, Rachsucht schließlich die letzten menschlichen Regungen Ahabs überwältigen. Auf der anderen Seite aber verleiht der monomanische Hass Ahabs Leben Sinn und Ziel und ersetzt ungeheure Energien frei, sodass er für diesen einen Zweck nun über tausendmal mehr Kraft verfügte, als er je bei gesundem Verstand hätte verwenden können. Wie kaum eine andere literarische Gestalt verkörpert Ahab also auch die dämonische Macht des Hasses, der die Person zur Gänze ergreift und sie schließlich in den eigenen Untergang treibt. Diese Beispiele liefern uns nun eine erste Grundlage, um das Phänomen des Hasses systematischer zu untersuchen. Es ist der dynamischen Energie, auch der Macht dieses Gefühls, nicht auf den ersten Blick anzusehen, dass an den Wurzeln des Hasses in der Regel eine Erfahrung von Schwäche liegt. Hass ist kein spontan aufsteigendes, momentanes Gefühl wie Ärger oder Wut, sondern er hat meist eine lange Vorgeschichte, die auf eine erlittene Frustration, Kränkung oder Verletzung zurückgeht. Mag der Hassende auch besonders empfindlich sein gegenüber solchen Verletzungen, etwa aufgrund eines von vornherein labilen Selbstwertgefühls, so gedeiht der Hass doch erst auf dem Boden solcher kränkender Erfahrungen. Eine weitere Voraussetzung besteht in der damit verbundenen Ohnmacht. Trotz seiner Empörung sieht sich der Betroffene außerstande, die Kränkung unmittelbar zu erwidern, zu vergelten und so seine Ehre wieder herzustellen. Stattdessen bleibt er zurück mit dem quälenden Gefühl von ohnmächtiger Wut und Bitterkeit. Er sieht sich zu einem Objekt gemacht, ohne sich dagegen auflehnen, ohne sich dagegen wehren zu können. Nun setzt eine Phase ein, die sich auch als Latenzphase bezeichnen lässt. In ihr finden wir die dritte und, ich denke, entscheidende Voraussetzung des Hasses, nämlich die Affektretention. Hass resultiert aus der chronisch zurückgestauten Aggression des Ohnmächtigen, die ihn gleichsam erst heranwachsen lässt. Die Affektretention ist es demnach, die die kurzfristigen Wutaffekte in die dauerhafte affektive Gesinnung des Hasses transformiert. Und sie ermöglicht es, die einmal erlittenen Kränkungserfahrungen mit immer neuem Material anzureichern, auf diese Weise zunehmend in den kognitiv-affektiven Schemata der Person zu verankern. Leibphänomenologisch gesehen macht die Affektretention übrigens das Nagende, das Bohrende, das Verzehrende des Hasses aus, als eine geradezu interozeptiv-viszerale Empfindung. Hass wird so zu einer kumulativen, sich gleichsam selbst nährenden Gefühlsverfassung, die auf diese Weise immer mehr die Züge einer Obsession annimmt. Der Hassende pflegt seinen Hass, er schwelgt in Rachefantasien, sieht sich von neuem Unrecht nur noch bestätigt. Er nimmt jede neue Nahrung als eine solche Bestätigung geradezu triumphierend entgegen, auch wenn er sie eigentlich nur wie neues Gift aufsaugt. Es gibt eine regelrechte Hasslust, die lustvollen Rachefantasien, die Fixierung auf das Hassobjekt, auf den Gegner. Sie tragen den Charakter einer Sucht. Zugleich gleicht der Hass damit einer fortschreitenden Selbstvergiftung, die den Hassenden nach und nach zerfrisst. Es ist hilfreich, den Hass mit zwei anderen Reaktionen auf die Erfahrung von Frustration, Kränkung und Ehrverlust zu vergleichen. Die erste besteht in der depressiven Reaktion, die angesichts der Ohnmacht resigniert und anstelle einer Gegenwehr die Aggression eher gegen die eigene Person wendet, ja sich sogar mit der erlittenen Entwertung identifiziert. Das geschieht mir ja recht. Bei massivem Ehr- und Gesichtsverlust mündet die depressive Reaktion nicht selten in den Suizid. Katastrophale, die vernichtende Scham lässt das Überleben nicht mehr zu. Prominente Beispiele für solche Schamkatastrophen sind etwa die Suizide des Politikers Uwe Barschel 1987 oder des Unternehmers Adolf Merkel in der Finanzkrise 2009. Die zweite Reaktion ist nun das Ressentiment, der latente feindselige Groll, der auch in chronische Verbitterung übergehen kann. Im Ressentiment entwickelt sich der Ansatz zur Gegenaggression, diese bleibt aber gleichsam auf halbem Weg zum Hass stehen. Nietzsche beschreibt das Ressentiment als Selbstvergiftung durch gehemmte Rache. Einen Rachegedanken haben, ohne Kraft und Mut ihn auszuführen, heißt ein chronisches Leiden, eine Vergiftung an Leib und Seele mit sich herumtragen. Ressentiments bleiben unterschwellig, ohne die Rache vorzubereiten bzw. in den offenen Konflikt einzutreten. Wir haben hier also eine Vorstufe. Der Übergang vom Ressentiment in den Hass liegt aber nun dort, wo der Gekränkte tatsächlich auf Genugtuung und Rache aus ist. Irgendwann soll die Kränkung vergolten, die Demütigung in einen Triumph umgewandelt werden. Der Tag der Rache wird kommen. Und in dieser Zukunftsorientierung liegt nun die Erklärung auch für die ungeheure Energie, die der Hass freizusetzen vermag. Die Aussicht auf die Umkehrung der Demütigung, also die imaginierte Rache bis hin zu lustvollen Fantasien von der Vernichtung des Gegners, all das trägt jetzt schon zur Aufwertung und Restitution des Gekränkten selbst bei. Dementsprechend sah auch Freud die Ursprünge der Hassbeziehung im Ringen des Ichs um seine Erhaltung und Behauptung. Die Schwäche verwandelt sich in Stärke. Hass vitalisiert und treibt voran. Er verleiht dem Leben Sinn und Ziel. Und in ihm gewinnt der Hassende zumindest einen Teil seiner Selbstachtung zurück. Ja, zu hassen wird immer mehr zu einem Teil seiner Identität. Selbst aus Niederlagen geht der Hass daher noch eher gestärkt hervor. Ein Blick auf die Geschichte des palästinensisch-israelischen Konflikts liefert dazu ja tatsächlich reichlich Anschauungsmaterial. Die Zeit mag alle Wunden heilen, aber nicht den Hass. Er bleibt unversöhnlich, unerbittlich. Nach diesen ersten Analysen untersuche ich nun die Grundlagen der besonderen Radikalität des Hasses, die ihn von den meisten anderen Gefühlen unterscheidet. Hass, so hat sich gezeigt, ist kein kurzfristiger Affekt wie eine Empörung oder ein Wutausbruch, sondern vielmehr eine anhaltende Passion, eine Leidenschaft, könnte man sagen, die die Person in ihrem Zentrum erfasst. Und darin ähnelt er seinem Gegenpol, nämlich der Liebe, die auch als ein tief verankertes Grundgefühl besteht und wirkt, aber als solches nicht in jedem Moment aktuell empfunden werden muss. Während die Liebe jedoch in sich ruht, sich gewissermaßen in ihrem Vollzug erfüllt, bleibt der Hass seiner Wesen nach unbefriedigt, unerfüllt und damit rastlos getrieben, bis er schließlich in die Rache mündet. Und diese Rache besteht in der Demütigung, Misshandlung, letztlich in der Vernichtung des Gegners. Ja, tiefster Hass kann den Feind selbst noch über den Tod hinaus verfolgen. Und in dieser prinzipiellen Unerfülltheit liegt bereits eine radikalisierende Tendenz. Nicht der Hass nimmt nicht ab, sondern eher zu, ähnlich wie Hunger und Durst, wenn sie nicht gestillt werden. Aus diesem Grund kann der Hass auch gehegt, genährt, gewissermaßen aufgespart werden bis zum Tag der Rache, an dem sich seine gesammelte Energie mit einem Mal freisetzt. Er kann zum strategischen Projekt werden, wie etwa bei Amokläufern, die ihre Tat oft über Monate oder sogar Jahre hinweg vorbereiten. Er ist also durchaus vereinbar mit Geduld und Beharrlichkeit, mit Selbstbeherrschung, mit rationaler Planung, List oder Intrige. Und in diesem Sinne ist der Hass keineswegs blind, wie es die Wut ja bekanntlich werden kann. Ja, in seiner Verbindung aus unbedingten Vernichtungswillen und kühldisziplinierter Planung kann er geradezu zum Inbegriff des Bösen werden. Der Hass ist also nicht schlechthin blind oder irrational, aber er geht doch mit einer charakteristischen Einengung einher. Er wird zur obsessiven Idee, die den Hassenden auf den Feind fixiert, wie schon gesagt, und das ganze Leben dem Streben und Trachten nach der Rache unterordnet. Zugleich verzerrt der Hass die Realität im Sinne einer Schwarz-Weiß-Sicht, einer Spaltung, die von allen Ambivalenzen befreit. Der Hassende ist der Gerechte. Er hat alles Recht auf seiner Seite. Sein Zweck der Rache rechtfertigt alle Mittel. Die gehasste Person hingegen ist schlechthin unwert und böse. Sie kann keine guten Eigenschaften behalten. Im Gegenteil, sie muss geradezu unveränderlich böse bleiben. Das heißt, ihr wird auch keine Entwicklungsmöglichkeit zugestanden. Jede genauere Kenntnis der verhassten Person wäre dem Hass eher abträglich. Er gedeiht am besten auf der Basis von Stereotypen und Vorurteilen. Und auf diese Weise schafft er sich auch seine Feinde, erzeugt sie geradezu und schützt sich vor möglicher Infragestellung. Und diese zunehmende affektive und kognitive Einengung macht den Fanatismus, jedenfalls des malignen Hasses, aus. Darin gleicht er paranoiden, querulatorischen Entwicklungen, denen sich auch ein Motiv, ein Thema immer mehr verselbstständigt und schließlich nahezu wahnhafte Züge annehmen kann. Die Radikalisierung schließt dann auch paranoide Tendenzen ein, insofern der Hassende seine eigenen Rachewünsche dem Feind auch projektiv zuschreiben kann und ihm grundsätzlich böse Absichten oder Heimtücke unterstellt. Die daraus resultierende Angst steigert wiederum den Hass im Sinne eines Zirkulus Viciosus. Und schließlich erlangt der Hass wie bei Ahab oft eine metaphysische Überhöhung. Im Gegner wird das Böse schlechthin gehasst, wird die verkehrte Einrichtung der Welt insgesamt bekämpft. Die Rache wird gewissermaßen sakralisiert zu einem Kreuzzug. Die dem Hass kongeniale Weltanschauung ist daher, wie der Phänomenologe Andres Kolney zurecht feststellt, der Manicheismus. Also die dualistische Aufteilung der Welt in Gut und Böse und die Dämonisierung des Feindes zum wiedergöttlichen Prinzip, zum Antichrist, zum Diabolos. Im fanatischen Hass, wie er sich gerade in religiös-kulturellen Konflikten entwickeln kann, geht es immer um den Endkampf, um alles oder nichts, um die Entscheidung über das Schicksal der Welt. Charakteristisch für diese dualistische Radikalisierung ist übrigens nicht zuletzt der Verlust des Humors. Wer wirklich hasst, der versteht keinen Spaß, ihm ist es gnadenlos ernst. Denn Humor bedeutet eine Selbstdistanzierung, die gerade scharfe Unterscheidungen aufhebt, die Gegensätze verflüssigt. Und er würde auch die Aufteilung der Welt in Gut und Böse infrage stellen. Hass und Humor schließen einander daher kategorisch aus. Was bleibt, ist allenfalls der Zynismus. Nach dieser phänomenologischen Analyse wende ich mich jetzt den Ursprüngen des Hasses noch näher zu. Wir haben bereits gesehen, dass er auf eine zumeist lange Vorgeschichte zurückgeht, die durch Erfahrungen von Frustration, Kränkung, Demütigung oder andere Formen von Entwertung charakterisiert ist. Es geht also um den für das selbst zentralen und lebenswichtigen Status, den Selbstwert im sozialen Verband. Zumeist entwickelt sich zwischen der Gruppe und dem Individuum, das zu hassen beginnt, auch eine zirkuläre Dynamik von Ausgrenzung, Ressentiment, Rückzug und Groll. Wer zu hassen beginnt, der begehrt auf gegen die erlittene Beschämung und Zurücksetzung. Er will sich mit der Schmach nicht abfinden. Der Tag der Rache wird kommen, wie gesagt, und an diesem Tag wird der Hass sein Opfer treffen oder vernichten. Die Ohnmacht wird sich in Triumph verwandeln, die Kränkung wird aus der Welt getilgt sein. Ich untersuche jetzt im Folgenden zunächst eine markante Form von individuellen Hassentwicklungen, nämlich die wiederkehrenden Amok-Taten der letzten Jahrzehnte. Sie sind durch eine latente innere Entwicklung charakterisiert, die sich ebenfalls eines Tages in plötzlicher, ungehemmter Gewalt bahnbricht. Bei aller Verschiedenheit lässt sich in der Vorgeschichte der Taten doch ein gemeinsames Grundmuster erkennen. Bei den meist jugendlichen Tätern, es sind keine Täterinnen bekannt, finden sich in der Regel kumulative Erfahrungen von Kränkung, Missachtung oder Demütigung, die zu Minderwertigkeitsgefühlen, sozialem Rückzug führen. Und in dieser oft jahrelang anhaltenden Latenzphase nährt der künftige Täter seinen Hass auf die Umwelt, ebenso wie eine kompensatorische, narzisstische Grandiosität. Virtuelle Realitäten begünstigen dann oft die Entwicklung von Rachefantasien, in denen sich die erfahrene Ohnmacht in einen imaginierten Triumph verkehrt. In seinen Videospielen, seiner Selbststilisierung ist der Amokläufer der Größte, ein verkanntes Genie, irgendwann wird er dies der Welt noch zeigen. Er wähnt sich in einer Welt von Feinden, die ihn klein halten und verstrickt sich immer mehr in paranoide Ideen und Szenarien. Die zunehmende Einengung und Radikalisierung mündet schließlich in den lange geplanten ultimativen Racheakt, in eine für die Umgebung vollkommen überraschende, mit äußerster Brutalität ausgeführte Gewaltorgie gegen weitgehend willkürliche Opfer. Die Entfesselung der oft jahrelang aufgestauten narzisstischen Wut bedeutet den äußersten Triumph, auch den Rausch der Macht zu töten, hinterlässt jedoch bei den Tätern einen Zustand der Leere und Apathie, der häufig in den Suizid mündet. Und dieser Ausgang des Amok erscheint mir charakteristisch für die destruktive Dynamik des Hasses. Zwar verleiht er dem Hassenden enorme Energie und bündelt alle Energien auf das Ziel der Rache. Aber er richtet sich nicht nur gegen die vermeintlichen Feinde, sondern er richtet sich im Grunde zugleich gegen das Subjekt selbst, das nämlich sich in seinem Hass selbst verzehrt und keine positiven Lebensenergien mehr bereithält. Es kommt zu einer Entleerung, am Ende geradezu zu einer Implosion des Subjekts. Die Fremddestruktion, die Gewaltorgie ist verbunden mit der Selbstdestruktion, sie sind beide im Nihilismus des Hasses eng miteinander verknüpft. Es ist übrigens diese eigentümliche negative Dialektik des Hasses, die sich auch in den terroristischen Selbstmordattentaten manifestiert. Sie sind zwar sicher vor einem anderen ideologischen und kulturellen Hintergrund zu sehen als individuelle Amoktaten. Aber auch viele Biografien von Terroristen sind charakterisiert durch ein verhindertes Aufstiegsstreben, empfundene Demütigung in der westlichen Kultur, sodass es zu einer vergleichbaren Aufladung des Ressentiments kommt. Potenziert durch ideologisch-religiöse Überhöhung und durch den extremen Gruppendruck in der terroristischen Zelle reichert auch hier der Hass sich an und wie beim Amok richtet er seine destruktive Energie schließlich nach außen und nach innen gleichermaßen. Mord und Selbstmord sind seine Zwillingsgeschöpfe. Ihr liebt das Leben, wir lieben den Tod, so die bekannte Parole des islamischen Staates. Der Nihilismus des Hasses hat wohl seinen Gipfel erreicht in dem, wenn man so will, weltgeschichtlichen Amoklauf Adolf Hitlers, dem ich mich noch zuwenden möchte. Auch Hitler war von einem zunächst ziellosen Hass auf eine Welt getrieben, in der er seinen Platz nicht fand. Und seine außergewöhnliche Destruktivität entwickelte sich aus dem Ressentiment des bürgerlich Gescheiterten und Obdachlosen. Angesichts seines eigenen Versagens, ebenso wie der nationalen Niederlage der Deutschen, konnte er sein narzisstisches Gleichgewicht nur aufrechterhalten, indem er alle Schuld auf einen Universalfeind projizierte, das Judentum. Auch die Ideen der Beseitigung alles schwachen, krankhaften und minderwertigen, die Vorstellung des Endsiegs, der arischen Herrenrasse über den Untermenschen. All das entspricht der mannichäischen Struktur des Hasses, Triumph über das Böse, Umkehrung der beschämenden eigenen Ohnmacht in grandiose Allmacht. Allerdings gelang es Hitler, anders als den Amokläufern, sein paranoides System in ein kollektives zu verwandeln. Und als Nährboden dafür diente ihm besonders das kollektive Ressentiment der Deutschen, also ihr Aufbegehren, nämlich gegen die Schmach von Versailles, die sie als erniedrigenden Ehr- und Gesichtsverlust empfanden und die Hitler wieder in nationale Größe umzukehren versprach. Great again. Dass zu diesem Nährboden auch frühe familiäre Erfahrungen von Unterdrückung, Demütigung und Gewalt gehörten, wie sie im Vor- und Nachweltkriegsdeutschland endemisch waren, das darf freilich nicht vergessen werden. Michael Haneke hat sie in seinem Film Das weiße Band eindrucksvoll dargestellt. Auch Hitler selbst war von seinem Vater als Junge fast täglich verprügelt worden, zumindest einmal in nahezu lebensgefährlichem Ausmaß. Das heißt, hier traten Individuelle mit kollektiven Erfahrungen der Deutschen in eine verhängnisvolle Resonanz. Wie bei Amoktätern waren auch bei Hitler Mord und Selbstmord näher benachbart, als es zunächst den Anschein hat. Seine politische Laufbahn war von wiederkehrenden narzisstischen Krisen und einer latenten Suizidbereitschaft begleitet. Offenzutage trat sie etwa nach dem missglückten Putsch 1923 oder bei der drohenden Spaltung seiner Partei 1932. In dieser Bereitschaft, von einem zum anderen Moment jederzeit Schluss machen zu können, spiegelt sich die innere Leere eines Lebens wieder, in dem im Grunde jede persönliche Substanz abging, was von Liebe, Freundschaft, Mitgefühl, auch von Bildung unberührt blieb. Sein einziger Inhalt war der von Ressentiment, Hass und narzisstischer Grandiosität getriebene, unbedingte Wille zur Macht und zur Vernichtung des Todfeindes. Und er kulminierte dementsprechend im Massenmord an den Juden, in Idee und Befehl wesentlich das Werk Hitlers selbst. Und er mündete am Ende in den nihilistischen Willen zur Zerstörung Deutschlands, die Hitler in seinem Nero-Befehl vom März 1945 anordnete. Wir können untergehen, aber wir werden eine Welt mitnehmen. So hatte er bereits 1944 seinem Adjutanten von Belov angekündigt. Das heißt, sein extremer narzisstischer Neid gönnte der Welt keine Zukunft, sie sollte mit seinem Tod untergehen. In seinem schließlichen Suizid manifestiert sich erneut die Implosion einer im Grunde längst zur Hülse des narzisstischen Hasses entlehrten Persönlichkeit. Es ist offensichtlich, dass die weltgeschichtlichen Auswirkungen von Hitlers individuellem Hass nur durch seine Erweiterung zu einer kollektiven Dynamik zu erklären sind. Diesem Phänomen des kollektiven Hasses wende ich mich nun abschließend zu, kann freilich nur einige Aspekte beleuchten. Hass ist potenziell ansteckend. Die Eindeutigkeit, die Entschlossenheit, die er Personen und Gruppen verleiht, kann er eine besondere Attraktion ausüben auf Menschen, die auf der Suche nach Orientierung sind. Die Identifikation mit der Gruppe schließt dann auch die Übernahme ihrer Feindbilder ein. Auf diese Weise kann der Hass sich epidemisch in Gruppen ausbreiten, ihnen eine gemeinsame, gegen eine Fremdgruppe gerichtete Orientierung und Identität verleihen. So entsteht der kollektive Hass gegen Minderheiten oder Eliten, Völker oder Rassen, Ideologien oder Religionen. Eine besondere Rolle spielen dabei natürlich die Führer der jeweiligen Hassgruppe, die, so wie Hitler, bereits bestehende diffuse Ressentiments aufgreifen, sie aber auch besonders artikulieren und schüren, um auf diese Weise die Gruppenmitglieder im Hass gegen den Feind zu vereinen. Wir haben gesehen, dass der geeignete Nährboden auch hier in kollektiven Erfahrungen von Ungerechtigkeit, Demütigung, Niederlage, Deklassierung besteht. Und so wie der Hass dem Einzelnen, dem gedemütigten Einzelnen wieder Selbstwert und Stärke verleiht, so kann er auch der Gemeinschaft der Hassenden ihre Selbstachtung, ihr Selbstwertgefühl, ihre Identität zurückgeben. Denn Schuld am eigenen Versagen oder Scheitern sind nun die Feinde und die empfundene Minderwertigkeit wird auf sie projiziert, sodass die eigene Gruppe wieder als überlegen, höherwertig oder einzigartig erscheinen kann. Soziologisch gesehen sind es auch eher deklassierte oder vom Abstieg bedrohte Gruppen und Schichten, die für Ressentiment und Hass empfänglich sind. Weniger die Eliten. Das entspricht der Entstehung des Hassgefühls aus der Frustration, aus der gestauten Aggression der Unmächtigen. Das destruktive Gefühl der Mächtigen ist weder das Ressentiment noch der Hass. Es sei denn, sie bringen ihn etwa wie Hitler aus der Vorgeschichte des gedemütigten Aufsteigers bereits mit sich. Das destruktive Gefühl der Mächtigen ist eher die Verachtung. Zwar können sich Ressentiment und Hass bei Benachteiligten und Frustrierten auch einmal gegen sozial noch unter ihnen stehende Gruppen richten, etwa gegen Migranten, Obdachlose oder andere Minderheiten. Doch auch dieser Hass nach unten gewissermaßen resultiert primär aus einer Frustration und drohenden Deklassierung, weshalb er auch zumeist mit einem Hass nach oben, nämlich gegen die sozialen Eliten, einhergeht. Wir können ja das bei den rechtspopulistischen Bewegungen der Gegenwart sehr gut beobachten, wie diese beiden Hassrichtungen durchaus miteinander verknüpft sind. Diese Verknüpfung gilt zum Beispiel auch für viele gewaltbereite Jugendgangs. Oft waren die Jugendlichen nämlich selbst Opfer von familiärer oder anderer Gewalt. Ihre Erfahrungen von Demütigung und Angst wandeln sie nun um in den gemeinsamen Hass gegen inferiore Gruppen. Oder anders formuliert, um nicht mehr selber Angst zu haben, sorgen die Jugendlichen dafür, dass sich ihre Hassobjekte vor ihnen ängstigen. Und ihre eigenen Demütigungen fügen sie nun anderen zu. Im Unterschied zum individuellen Hass wird beim kollektiven Hass nicht die gegnerische Person als solche gehasst, sondern nur als Vertreter eines Kollektivs. Also der Antisemit hasst nicht einen bestimmten Juden, sondern die Juden insgesamt. Und ein solcher Hass kann dabei ganz abgelöst sein von eigenen Erfahrungen. Es gibt leidenschaftliche Ausländerfeinde, in deren Umgebung sich gar keine Fremden befinden und fanatische Antisemiten, die noch nie einen Juden gesehen haben. Der Begriff der Erbfeindschaft weist darauf hin, dass Hass sich auch durch Sozialisation gemeinsame Narrative von einer Generation zur nächsten tradieren lässt. Er wird also zu einem starren affektiv-kognitiven Schema, einem Leitaffekt, das zur Identität des Kollektivs gehört, der sogar zwei Volksgruppen in unversöhnlicher Feindschaft aneinander binden kann, wie eben etwa im israelisch-palästinensischen oder auch im Nordirland-Konflikt. Beide Gruppen brauchen dann einander zur Stabilisierung des jeweiligen Selbst- und Weltbildes. Und sobald Versöhnungsversuche einsetzen, werden sie von radikalen Kräften konterkariert, denen selbst Niederlagen willkommener sind als Friedensbemühungen. Der Hass findet also immer Möglichkeiten, sich selbst zu schützen, sich zu perpetuieren. Wohl nirgendwo wird die destruktive Dynamik des kollektiven Hasses so erkennbar wie in den Genoziden des 20. Jahrhunderts, in den Massenmorden an den Armeniern, Juden, Tutsi, Bosnien oder anderen. Und zu ihren zentralen Voraussetzungen gehört die Definition einer ethnischen oder religiösen Gruppe innerhalb der Gesellschaft als anders, als fremd, minderwertig, abstoßend, feindselig. Und damit zieht diese Gruppe die zunächst nur diffus bereitliegenden Ressentiments der Mehrheit auf sich, wird zum Sündenbock für empfundene Kränkungen oder eigenes Versagen. Und charakteristisch ist hier eine besondere Verknüpfung, nämlich die von Hass mit Ekel oder Abscheu. Die diskriminierte Gruppe wird zum widerwärtigen Fremdkörper erklärt. Bereits die Sprache dehumanisiert sie zu ungeziefer, schädlingen, Parasiten, die die Reinheit der eigenen Gruppe von innen her bedrohen. Mit zunehmender Radikalisierung, nicht zuletzt unter dem Einfluss entsprechender Hetzpropaganda, wird die gehasste Gruppe immer mehr zum Inbegriff des Abstoßenden und Bösen. Und schließlich bricht sich die aufgestaute und kumulierte kollektive Aggression in mörderischer Gewaltbahn, meist stimuliert durch durchaus geplante und inszenierte Gewaltexzesse, wie das etwa in Ruanda 1994 der Fall war. Im Genozid potenzieren sich damit die Energien, die bereits dem individuellen Hass inne wohnen, zu einer entfesselten Dynamik. Und am Ende steht die bedrückende Einsicht, dass wir es beim kollektiv gebündelten und organisierten Hass mit der wohl wirkmächtigsten Emotion zu tun haben, die die Geschichte der Menschheit kennt. Fragen wir uns zum Schluss noch einmal, woher diese ungeheure Macht des Hasses rührt. So können wir sie nun aus einer Umkehrung verstehen, die zugleich seine prekäre Dialektik ausmacht. An der Wurzel des Hasses liegen, so sagte ich, Erfahrungen von Niederlage, Demütigung, des Verlusts von Ehre, Achtung, Anerkennung. Nun gehören Ehre und Gesichtsverlust und die damit verbundene Scham für den Menschen zu den schmerzvollsten, unerträglichen, ja vernichtenden Erfahrungen. Sie bedeuten, einen Zusammenbruch des Selbst können einem psychosozialen Tod gleichkommen. Daher münden sie ja auch nicht selten, ich hatte es ja erwähnt, in den tatsächlichen Suizid, etwa nach einer verlorenen Schlacht oder einem finanziellen Ruin. Gegenüber dieser katastrophalen Scham hat der Hass nun insofern eine für das Selbst restitutive, ja rettende Funktion. Anstelle der Selbstvernichtung mobilisiert er nämlich aggressive Gegenenergien mit dem Ziel, die erlittene Schmach durch die Vernichtung des Gegners wieder aus der Welt zu tilgen, buchstäblich ungeschehen zu machen. In dieser Form des Ungeschehenmachens kann der Hass durchaus auch durchaus die Form des traumatisch bedingten Wiederholungszwangs annehmen. Hass kehrt also die drohende Selbstvernichtung um in den Wechsel auf die künftige Vernichtung des Anderen. Die Affektretention der Latenzphase bündelt die seelischen Energien auf dieses eine Ziel der Rache hin. Diese Energien sind aber letztlich immer gespeist aus der erlittenen narzisstischen Wunde, die sich nicht mehr schließt, ja die durch den Hass vielmehr auch offen gehalten wird. Im Amok zeigt sich in besonderer Weise, dass die erstrebte Rache und Vernichtung des Gegners latent immer mit der ursprünglich drohenden Selbstvernichtung verknüpft bleiben. Der Hassende schließt nämlich gleichsam einen Teufelspakt. Er behält zwar sein Leben und gewinnt ein prekäres inneres Gleichgewicht zurück, doch nur um den Preis sich ganz der Rache, der Gewalt, man kommt schwer umhin zu sagen, sich dem Bösen zu verschreiben. Sein Leben ist ihm fortan nur noch dafür geborgt. Daher verbrennt es nun alle Energie im Glutofen des Hasses, wird dabei aber immer Lehrer von allen nähernden förderlichen menschlichen Erfahrungen. Diese fatale Dialektik des Hasses offenbart sich in der Leere, die selbst die gelingende Rache schließlich hinterlässt, in der psychischen Implosion, die nicht selten auch den Suizid nachholt, die Selbstvernichtung wie gewissermaßen nur aufgeschoben war. Denn die Wiederherstellung der Ehre gelingt letztlich nicht, die Schmach lässt sich nicht ungeschehen machen, nicht mehr aus der Welt tilgen, so wie sich eben nichts in der Welt ungeschehen machen, sondern letztlich nur anerkennen und bewältigen lässt. Doch für diese Anerkennung, diese Integration, auch für die Trauer, die dann damit verbunden wäre, ist der Hassende zu schwach. Ihm fehlen die vertrauensvollen Beziehungen und Bindungen, auf die er sich in der narzisstischen Krise stützen könnte. Das Gute selbst ist in seiner Welt zu schwach, könnte man sagen. Der Hass verspricht freilich nur eine trügerische Rettung. Sie liegt in der Umkehrung der fatalen Schwäche in die narzisstische Grandiosität der Rache, im Versprechen des ultimativen Triumphs. Die Rache soll die Tat sein, die alles Niedrige und Böse tilgt und die nur noch das starke, gute Selbst zurücklässt. Doch das Versprechen ist vergeblich. Das Selbst hat sich um seiner Rettung willen bereits dem Bösen verschrieben, also der Leere, dem Nichts. Es gewinnt sich nicht mehr zurück. Die grandiose Selbststeigerung ist erkauft mit der fortschreitenden Selbstdestruktion. Und darin liegt die tragische und, wenn man so will, die metaphysische Dimension des Hasses, die eben Melvils Ahab wie wohl keine andere literarische Figur verkörpert. Gedemütigt und vernichtet als Mensch beschließt er, sich wie Luzifer oder Prometheus gegen Gott zu erheben. Und es ist die Verzweiflung am Guten, das zum Aufbegehren gegen die Schöpfung führt und damit in den Nihilismus des Hasses. Besessen von einem Geist, der nicht mehr sein eigener ist, einem, wie es bei Melville heißt, einem selbst erschaffenen, unabhängigen Eigenwesen, so verbrennt Ahab im Feuer des Hasses, der nur noch die entleerte Hülle der früheren Person zurücklässt. Und noch mit den letzten Worten ruft er seinem Todfeind Mopedic zu, bis zum Letzten ring ich mit dir, aus dem Herzen der Hölle stech ich nach dir, dem Hass zuliebe spei ich meinen Letzten auch. Der maligne Hass verschreibt sich dem Bösen, das ihm trügerisch die Umkehr von Ohnmacht in Allmacht verspricht. Und darin bestätigt sich zuletzt ein tiefer Satz des jüdischen Religionsphilosophen Hermann Cohen, der Glaube an die Macht des Bösen ist selbst die Wurzel des Bösen im Menschen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Applaus 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 Vielen Dank.